Hm, hallo Leute und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Äh, ja, wie ihr seht, äh, plötzlich sind da zwei neue Missionen mit einer Platin-Medaille. Und die vierte Mission ist auch schon freigeschaltet. Ähm, tja, was doof ist, ist passiert. Das Mikrofon hat sich abgeschaltet. Und ich hatte keine Lust, das Ganze nochmal drüber zu kommentieren, weil das ist doof. Aber, ja, jetzt haben wir das Problem. Ich kenn die beiden Missionen schon, aber... Keine Sorge. Ich werde höchstwahrscheinlich sowieso nochmal Ewigkeiten brauchen, bis ich das wieder hinbekomme, weil diese Mission wirklich verdammt schwer war und im Vergleich zu dieser Mission eigentlich Pille-Palle war. Deswegen freut euch jetzt einfach darauf, dass wir jetzt wahrscheinlich fünf bis zehnmal diese Mission tun werden, bis wir uns dann wieder an den aktuellen Stand, den ich das letzte Mal hatte, wieder annähern. Und, äh, bis dahin hab ich wieder vergessen, wie dieses Level überhaupt ging. Und somit wird es dann trotzdem noch irgendwie spannend bleiben, hoffe ich einfach mal. So, aber jetzt einfach mal in den Silberteich. Und, glaub mir eins, das wird stressig. Hm, schon mal schön ausrichten. Die Brille anziehen. Warten. Fertig. Und los! Ran mit... Alter! Willst du mich verarschen? Warten! Wartper! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020